Willkommen bei Easy Immunology. Ich bin die Alex. Und ich bin der Stefan und heute wollen wir uns on... Again. And again. Willkommen bei Easy Immunology. Mein Name ist Stefan. Und ich bin die Alex und heute beschäftigen wir uns mit Lebensmittelallergien. Wir wollen erst mal damit anfangen, wie eigentlich eine Lebensmittelallergie definiert ist. Und zwar ist das eben eine Reaktion, die wir zeigen, wenn wir ein bestimmtes Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und dieses Nahrungsmittel enthält eben Allergene oder zum Beispiel auch Toxine, also Gifte. Und eine echte Nahrungsmittelallergie besteht eben darin oder passiert dann, wenn der Patient, die Patientin eben allergisch ist auf einen Bestandteil dieses Nahrungsmittels und dann eben eine allergische Reaktion entwickelt. Und die kann reichen von, uns ist es ein bisschen übel, zu, wir haben am ganzen Körper Hautausschlag, wenn sich das Allergen eben verteilt in unserem Körper, bis zu, wir haben eben eine anaphylaktische Reaktion und kippen um und sind in akuter Lebensgefahr. Während wir bei anderen Allergien normalerweise von außen mit dem Allergen in Kontakt kommen, zum Beispiel durch Insektenstiche oder durch Pollen, die herumfliegen, ist es jetzt bei den Lebensmittelallergien so, dass wir aktiv die Lebensmittel zu uns nehmen. Man könnte jetzt auch behaupten, die Pollen nehmen wir auch aktiv zu uns, weil wir einatmen, aber das nehme ich mal als passiven Fakt hier an. Und wenn wir jetzt die Lebensmittel zu uns genommen haben, dann werden die in unserem Magen-Darm-Trakt verarbeitet und jetzt kann es sein, je nachdem, was wir für Lebensmittel haben, dass die Allergene quasi schon auf der Oberfläche des Lebensmittels sind oder direkt vorkommen und wir relativ schnell eine allergische Reaktion haben. Es kann aber auch sein, dass unsere Lebensmittel erst verarbeitet werden müssen von unserem Magen-Darm-Trakt und dann die Allergene freigesetzt werden oder wir auf die entsprechenden Substanzen allergisch reagieren. Auf zellulärer Ebene ist es jetzt so, dass die Allergene das Epithel, also die äußerste Schicht des Magen-Darm-Traktes passieren, also überqueren und dann an das membranständige IgE, das sind die Antikörper, die ganz häufig die Allergien auslösen, im Fall von Allergie Typ 1, kreuzvernetzen und damit die Mastzelle aktivieren und dafür sorgen, dass die Mastzelle verschiedene Stoffe von innen freisetzt, zum Ersten, und danach auch weitere Stoffe produziert. Aber das erzählt euch jetzt der Stefan nochmal im Detail. Und diese Mastzellen nennen wir eben die Mucosalen, also mit der Schleimhaut assoziierten Mastzellen im Darm-Trakt. GIT steht für Gastrointestinal-Trakt. Und wenn diese Mastzellen eben über ihre membrangebundenen IgE-Antikörper quervernetzt werden durch das Lebensmittelallergen, dann fangen die an, eben Stoffe freizusetzen, die sie in ihrem Inneren eben vorproduziert haben. Da gehören so Dinge dazu wie Histamin oder Serotonin oder Proteasen. Proteasen bauen zum Beispiel Gifte ab, die zum Beispiel Parasiten produzieren oder auch Bienen, Wespen, Schlangen, die uns stechen und da eben Gifte injizieren. Es kann eben diese Mastzellen neutralisiert werden. Das Serotonin ist ein Neurotransmitter, der nicht nur im Gehirn Funktionen hat, sondern auch Immunzellen aktiviert. Und das Histamin ist eben ein Faktor, der den Stoffwechsel zum Beispiel von diesen Parasiten stört, die eigentlich ja die Funktion sind, diese Mastzellen, diese Parasiten abzuwehren. Das Heparin ist auch ein Gerinnungshemmer, der diesen Parasiten nicht so gut tut. Und dann werden noch Zytokine produziert, also Botenstoffe des Immunsystems, mit denen diese Mastzellen eben ganz viele andere Immunzellen dann anlocken und aktivieren können. Das passiert direkt, wenn die Mastzelle aktiviert wird, innerhalb von Sekunden oder Minuten. Dann passiert mit ein bisschen Zeitverzögerung, so eine Stunde, zwei Stunden etwa Verzögerung, dass die Mastzellen noch zusätzliche Stoffe produzieren. Da sind vor allem von Fetten abgeläutete Stoffe wichtig. Die nennen wir Prostaglandine, Thrombooxane, Leukodriene zum Beispiel. Das sind alles Stoffe, die auf ganz kurze Distanzen sehr starke Entzündungen auslösen und damit eben nochmal diese Entzündungsreaktion verstärken. Dann werden nochmal mehr Zytokine gemacht, Chemokine. Das sind auch Stoffe, mit denen Immunzellen angelockt werden, vor allem an den Ort der Entzündung. Wachstumsfaktoren, die auch zu Gewebeumbildung führen können. Freie Radikale und Substanz P sind auch etwas, mit dem dann Krankheitserregern eigentlich auf den Leib gerückt wird. Der Stefan hat euch jetzt ganz viel zu den Inhaltsstoffen erzählt, die freigesetzt werden, wenn Mastzellen aktiviert werden. Jetzt ist es aber so, dass Mastzellen eigentlich der Parasitenabwehr dienen. Aber Parasiten sind in diesen hochhygienischen Ländern, in denen wir leben, nicht mehr so häufig vorkommt. Und deshalb fängt an, das Immunsystem rumzuspinnen und auf Dinge zu reagieren, auf die es eigentlich gar nicht reagieren soll. Dieser Hygienestandard hat natürlich andere Vorteile. Also wir haben viel weniger infektiöse Krankheiten. Aber wir müssen halt gerade auch lernen, wie wir damit umgehen, dass halt dann diese Fehlbildungen des Immunsystems passieren und Allergien entstehen. Genau, und da wir eigentlich eine Parasitenabwehr haben hier, werden vielleicht auch die Symptome, die man bei einer Lebensmittelallergie hat, ein bisschen verständlicher. Denn wenn man einen Parasiten im Darm hat, dann möchte der Körper den loswerden. Und das ist verbunden mit Krämpfen im oberen Teil des Körpers, also im Abdomen. Uns wird übel, wir übergeben uns und es kommt auch zu Diarrhoe, also Durchfall. Das heißt, der Körper versucht mit allen Mitteln, diesen Parasiten oder die Lebensmittel, wieder loszuwerden und zwar egal in welche Richtung. Ansonsten haben wir natürlich auch die normalen, typischen Allergiesymptome. Wir haben im Bereich, wo das Allergien aufgenommen wird, in dem Fall im Mund, ein juckendes Gefühl und es pritzelt so ein bisschen. Also ja. Und unser Gesicht kann auch anschwellen, weil wir natürlich auch im Gesicht sehr nahe Kontakt hatten mit dem Allergien. Auch da werden Mastzellen aktiviert, Immunzellen angelockt und es kommt zur Einwanderung von Immunzellen, dadurch zur Schwellung, Entzündung und den ganzen anderen Symptomen einer Entzündungsreaktion. Es kann aber auch die Atemwege betreffen, faszinierenderweise bei einer Lebensmittelallergie. Das sehen die PatientInnen dann in dem Fall, dass sie in die Nase läuft. Die Nase kann auch verstopft sein, da kann man nicht mehr so richtig einatmen. Die PatientInnen können, wenn es schlimmer kommt, auch Probleme entwickeln, richtig zu atmen. Die können zum Beispiel husten, die können quasi so Pfeifgeräusche machen, das nennt man Wheezing. Oder sie können überhaupt keine Luft mehr bekommen. Auch auf der Haut kann sich eine Lebensmittelallergie ausprägen, wenn nämlich das Lebensmittelallergen über den Darm aufgenommen wird, über die Blutbahn in unserem Körper verteilt wird und dann unter anderem eben auch in der Haut sich wiederfindet und da dann eben die Mastzellen aktiviert. Das sehen wir dann als sogenannte Heist. Das sind einfach rote Erhebungen, die auch jucken. Und es gibt auch das Ekzem, also eine Entzündung der Haut, die dann den PatientInnen nach dem Kontakt mit dem Lebensmittel eben Probleme macht. Ihr könnt es vielleicht auch unter Nesselsucht, also dass quasi mehr oder weniger große Flächen des Körpers anfangen, einfach entzündet zu sein auf der Oberfläche. Also die Haut, dass die entzündet ist, sieht ein bisschen aus wie Neurodermitis auch. Ja, wobei auch Neurodermitis im Prinzip eine Entzündung der Haut ist. Ja, da sieht man nicht so viel Unterschiede. Das ist sehr ähnlich. Entzündete Haut ist entzündete Haut. Und da das eben dann schon eine Reaktion ist, die den ganzen Körper auch betreffen kann, wie ihr hier seht, haben die PatientInnen eben auch Probleme, dass es ihnen eben vom Kognitiven nicht so gut geht. Also die sind so ein bisschen schwindelig, die fühlen sich ein bisschen benommen. Man kann auch ohnmächtig werden. Und wenn es dann eben noch schlimmer wird, den ganzen Körper betrifft, weil sich dieses Lebensmittelallergen eben über den Darmtrakt und die Blutbahn im ganzen Körper verteilt, dann können wir eben auch eine lebensbedrohliche Anaphylaxis entwickeln. Also einen Blutdruckabfall, der dem Herz eben Probleme macht, wo man dann eben umkippen kann als betroffener PatientInnen und dann eben einen lebensbedrohlichen Ausnahmezustand eben entwickelt. Das war es jetzt auch schon von uns über Lebensmittelallergien. Wir hoffen, das bringt euch die Symptome, die ihr vielleicht selber auch schon erfahren habt, ein bisschen näher und ihr versteht ein bisschen besser, wie es Menschen mit Lebensmittelallergien geht. Und wir hoffen, dass ihr auch wieder einschalten werdet. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Ich sehe nicht gut aus. Lässt du dir jetzt spontan was dran ändern? Ja, ich weiß, du machst deine Gedanken drum, aber bei mir ist noch was zu retten. Das tut mir nicht gut. Das tut mir nicht gut aus.